Roger Maier, sportlicher Leiter vom HC Thurgau, sind jetzt noch vier Tage bis zum Saisonstart. Die Vorbereitung ist abgeschlossen. Wie ist der aktuelle Stand? Mir wäre es lieber, wenn es nachgedacht wird. Wir haben noch angeschlagene Spieler, aber wir sind auf dem guten Weg, dass wir die einen oder anderen herbringen. Der Stand der Mannschaft ist, dass sie sich freuen auf den Saisonstart. Die langen Vorbereitungszeit ist vor fünf Wochen vorbei und die Mannschaft brennt auf den Start. Ihr gehört, die Verletztenliste ist relativ lang. Es ist relativ lang, mit vier bis sechs Spielern. Ich nehme mir das heute Wunder im Training, was läuft mit ihnen, ob sie auflaufen und trainieren können. Aber es sind zum Glück keine Langzeitverletzte. Es ist ziemlich ein happiger Saisonstart. Am Freitag haben wir La Choute-Fond zuhause. Und dann am Samstag Langetal auswärts. Gerade zwei starke Gegner, wo man eigentlich vorne rechnet, dass sie vorne dabei sind. Ja, es ist ein happiger Auftakt. Gut, der Gegner spielt für sich keine Rolle im ersten Meisterschaftsspiel. Wir können zum Glück zuhause anfangen, weil es der Spielplan so wollte. Und wir freuen uns auf Schott von. Und wir hoffen auch, dass sehr viele Zuschauer kommen und uns unterstützen. Das ganze Event sollte ein Erlebnis werden, dass weiterhin auch viele Zuschauer in die Güte kommen. Das zweite Spiel ist in Langetal. Sicher auch ein Gegner, der unter den Top 4 wird sie am Schluss. Und auch auf dieses Spiel freuen wir. Und wir wehren uns und dann unsere Haut teuer verkaufen. Hat man die Resultatvorbereitung der anderen Klubs ein bisschen mitverfolgt? Wer sieht man vorne? Gegen wer spielt der HC Thurgau um den Playoffplatz? Vorbereitungsresultat hat es hohes und tiefes gegeben bei allen Mannschaften. B-Gegner haben den Ausländer geschlagen, sie haben den ACA-Vertreter geschlagen. Aber da kommt es immer darauf an, wie ist Teamzusammensetzung, Blockaufteilung, welcher spielt im Goal. Und da kann es sicher Überraschungen geben, den Vorbereitungsresultat. Unser Ziel ist klar, die Playoff zu erreichen. Und wir haben hier acht Gegner, die wir zwei hinter uns lassen müssen. Und die Prognosen abgeben ist relativ schwer. Sondern entscheidend wird ein guter Saiserstart sein, dass du nicht von Anfang an hinter dem Strich bist. Besten Dank für die Auskunft und einen guten Saiserstart.